herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch cracker island von gorillas in der vinyl edition alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem vinyl inhalt sowie natürlich auch die links zum album und zu vinyl findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung cracker island von gorillas das ganze am 24 februar erschienen wir haben hier mal wieder ein album aus dem bereich rock jawohl es ist das achte album der band erschienen über parlo von records wir haben hier einmal auf dem cover den schriftzug gorillas und cracker island und dann wie man es kennt die bandmitglieder hier visualisiert also comic mäßig gezeichnet nicht ihre wahren gesichter das ist also die insel vermutlich also cracker island auf dem die bandmitglieder sich hier niedergelassen haben auf der sich die bandmitglieder niedergelassen haben seitlich ist das ganze hier bedruckt und auf der rückseite haben wir dann die ansicht noch mal bei nacht hier sehen wir dann noch ein bandmitglied und hier haben wir dann die tracklist a und b seite mit insgesamt 11 tracks dann hier die infos und der barcode und die labels so wir schauen rein kein gatefold nichts aufzuklappen hier haben wir nur eine vinyl dementsprechend eine tasche so aber wir haben etwas zusätzliches und zwar haben wir hier ein poster so die vinyl legen wir dabei noch mal kurz zur seite das ist das poster einmal hier im hochformat und auf der rückseite dann im querformat die bandmitglieder mit diesen pinken ergänzungen also beidseitig bedruckt hochformat und querformat und dann kommen wir zu den vinyl die kommt hier in einer pinken papierhülle und die vinyl an sich ist dann auch in seinem pinkton gehalten das in diesem fall die a seite so sieht das aus und auf der rückseite dann die b seite gut das war es soweit wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in der vinyl edition befindet einmal die eben gezeigte eingefärbte vinyl mit den insgesamt 11 tracks und das gezeigte poster beidseitig bedruckt das alles in dieser wunderbaren vinyl edition cracker island von gorillas mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der vinyl schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr gorillas und auch mich unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der videoschreibung das war's für heute wir sehen uns beim nächsten unboxing passt auf ciao